Wenn Ulrich Franke seinen Fliegerstart klar macht, hat er fast immer 2 Spezialkameras an Bord. Eine Wärmebildkamera und eine hochauflösende Fotokamera. Franke fliegt nicht aus Spaß, er ist Profi. Seine Spezialität? Wildzählung. Heute zählt er Hirsche in der Eifel. Die Gemeinden Blankenheim, Dahlem und Nettersheim haben ihn damit beauftragt. Denn in den Wäldern der Eifel gibt es ein Problem. Zu viele Hirsche. Wo fliegen wir jetzt hin, um dann mit der Zählung anzufangen? Wir fliegen jetzt nach Blankenheim. Nördlich von Blankenheim ist ein Waldgebiet. Dann fliegen wir etwa 2 Stunden über dem Gebiet. Im Blankenheimer Wald untersucht Förster Rolf Heller die Schäden, die die Hirsche verursachen. Die hungrigen Tiere knabbern die Triebe der Bäume ab, sodass diese nicht wachsen können und verkrüppeln. Die verbissenen Bäume sind für den Forstwirt verloren. Diese kleinen Buchen sind schon über 20 Jahre alt und sollten hohe Bäume sein. So taugen sie höchstens noch als Spanplatte. Der Schaden durch den Wildverbiss ist für den Förster und die Gemeinde immens. Wir haben das versucht zu beziffern. Wir haben das mal an einem Fichtenbetrieb gemacht, dass der Schaden in etwa 80 Euro je Hektar und Jahr beträgt. Das Problem wird jedes Jahr größer, denn die Population der Hirsche ist in der Alfel in den letzten Jahrzehnten geradezu explodiert. Wie viele es genau sind, weiß niemand, denn am Boden ist das Rotwild nur schwer zu zählen. Auch Ulrich Franke zählt die Tiere nicht mit einem Blick aus dem Fenster. Er benutzt dafür seine beiden Spezialkameras. Die Wärmebildkamera registriert Tiere am Boden, weil sie wärmer sind als ihre Umgebung. Zeichnet sie so ein Ereignis auf, löst sie die Fotokamera aus und die macht ein Bild, auf dem Franke später genau sehen kann, was die Wärmebildkamera gefunden hat. Ein Rudel Hirsche. Die werden dann gezählt. Um alle Hirsche im Untersuchungsgebiet zu zählen, muss Franke nach dem Flug allerdings Hunderte solcher Fotos auswerten. In der Luft kann man wenig erkennen, aber die Kamera registriert genau, welche Tiere sich am Boden tummeln. Wir fliegen jetzt in Höhen von 450 Meter und können da Tiere jetzt auch abhängig vom Wetter, aber jetzt Brotirsche zum Beispiel kann man da noch sehr gut bekommen. Rehe ist viel schwieriger dann. Aber wir haben auch aus 450 Meter schon Tiere in der Größe von einem Fuchs erfasst. Förster Heller hat aber noch ein anderes Problem mit den Hirschen. Im Wald gibt es nicht genug Nahrung für die vielen Tiere. Deshalb verschonen sie auch große Bäume nicht. Mit ihren Zähnen reißen sie die Rinde vom Stamm. Krankheitserreger dringen ein, der Baum wächst nicht mehr. Außer Fichtenmonokulturen bekommen die Förster hier fast nichts durch. Die will aber eigentlich keiner haben. Hellers Pläne für einen gesunden Mischwald lassen sich nicht verwirklichen. Da fühlt man sich nicht gerade bestätigt in seiner Arbeit. Man hat sehr viel Zeit, sehr viele Ideen auch reingesteckt. Und es verschwindet sozusagen im Magen des zu häufig vorkommenden Wildes. In 450 Metern fliegt Ulrich Franke seine Bahnen mit konstant 100 Kilometern pro Stunde. Die erste Wende steht an. Hirsche sind jagbares Wild, das größte in Mitteleuropa. Vor allem auf die Männchen mit ihren Geweihen haben es Jäger abgesehen. Für die Weibchen interessieren sich viele Jäger weit weniger. Die Trophäenjagd hat hier Tradition. Hans-Christian Wagner ist Förster beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW, zuständig für die Jagd und selbst erfahrener Jäger. Er weiß, dass viele Jagdpächter nicht konsequent genug gegen die vielen Hirsche vorgehen. Viele Rotwild im Revier zu haben, ist natürlich die Möglichkeit, dann auch relativ leicht zu Schuss zu kommen. Und viele Pächter haben relativ wenig Zeit zur Jagd, weil Jagd ist ja auch ein Geldthema. Und die Leute, die die Jachten gepachtet haben, haben meistens die Woche über ihr Geld erstmal zu verdienen und haben dann meistens nur sehr wenig Zeit, die Jagd auszuüben. Der Vorwurf, viele Jäger erfüllen die Abschussvorgaben nicht und schießen hauptsächlich Kapital im Männchen. Zudem machen sie falsche Angaben über die Zahl der Tiere in ihren Revieren und die getätigten Abschüsse. In Einzelfällen wurden auf Anweisung der Behörden doppelt so viele Hirsche getötet, wie zuvor in dem Revier gemeldet waren. Aber auch die höheren Abschussvorgaben waren erfolglos. Das hat es ja durchaus gegeben, dass Jagdbehörden Abschusspläne hochgesetzt haben, weil sie erkannt haben, dass die waldökologischen Auswirkungen der Wildbestände nicht mehr hinnehmbar sind. Die Frage ist dann nur, wird der Abschuss auch durchgeführt? Und das ist bisher nicht ausreichend kontrollierbar gewesen. Die Jäger müssen ihre Abschüsse zwar melden, aber die Zahlen passen nicht zu dem, was man im Wald sieht. Die Abschüsse an männlichen Geweihträgern scheinen zu stimmen, aber bei den Weibchen hat Wagner Zweifel. Es könnte sein, dass ein Jäger den Abschuss eines weiblichen Stückes angibt, was er gar nicht geschossen hat. Das ist also eher das Problem, dass also mehr Stücke als Abschuss gemeldet werden, als tatsächlich geschossen sind. Ulrich Franke setzt zur Landung an. Die Kameraspeicher sind voll. Direkt nach der Landung beginnt Ulrich Franke mit der Auswertung. Er muss nicht viel suchen, die Bilder sind voller Hirsche. Die genaue Auswertung ist mühsam und erfolgt Bild für Bild. Aber schon jetzt sieht er, dass die Situation wahrscheinlich noch dramatischer ist als angenommen. Die Tiere stehen auf Freiflächen und zwischen den Fichten. In der Nacht filmt er mit der Spezialkamera aus dem Auto, um in die ganz dichten Wälder zu schauen, die den Blick auf den Boden behindern. Auch hier muss er nicht lange suchen. Der Wald ist voller Rotwild. Die Jäger müssen ihre Haltung ändern, oder es werden andere kommen. Letzten Endes ist es so, dass die Waldbesitzer aus der großen Zahl der Jäger, die da sind, die Jäger rausbekommen müssen, die auch einen waldökologischen Hintergrund haben. Dann fällt das alles auch leichter. Zudem müssen die Jäger damit rechnen, dass sie alle geschossenen Tiere demnächst vorzeigen müssen. Das Rotwild muss auf eine Population reduziert werden, die die Wälder und Wiesen der Eifel auch ernähren können. Dafür müssen sich die Gemeinden auch von dem Brauch verabschieden, die Reviere einfach an den zu verpachten, der am meisten dafür zahlt. Das Rotwild dass sie die Wälder und Wälder und Wälder und Wälder sind.